Hallo Freunde da draußen, da bin ich wieder mit meiner Sendung Rock on Stage Live Session TV, The Lost Tracks in Acoustic Style. Ja, wie ihr seht, wieder heute mal aus dem Kinderzimmer wegen dem schönen Klavier, das habe ich leider im Wohnzimmer nicht. Und heute gibt es ein Lost Track von der Band Deepesh Mode aus dem Jahr 1985. Ist sogar ein Song, der an den Charts war und auch relativ bekannt, aber ein Lost Track deswegen, weil er nie auf einem regulären Album zu hören war, sondern lediglich auf einer Best-of-Kompilation in dem Jahr 1985 und natürlich dann auch in weiteren Compilations, dann später, aber nie auf einem direkten Album. So, deswegen heute ein Lost Track von Deepesh Mode Shake the disease. 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 autopID 혈 Let me know you. Laatmung über die Beste. I may shake the disease that takes hold of my time In situations like this Understand me Understand me Understand me Understand me Some people have to be permanently together Lovers devoted to each other forever Now I've got things to do And I said before that I know you have to When I'm not there Spirit, I'll be there You shall please From my heart to you Nobody knows me as well as you do You know how hard it is to make you shake the disease It takes hold of my time In situations like this Understand me Understand me Understand me Understand me Understand me You shall bleed from my heart to you You know how hard it is to make you shake the disease It takes hold of my heart to me It takes hold of my time It takes hold of my time In situations like this Understand me 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 Ein wunderschöner Titel von Deepish Mode aus dem Jahr 1985. Ja, Dankeschön, dass ihr mir wieder zugehört habt. Ich finde das ganz toll, dass ihr immer ganz tolle Kommentare drunter schreibt. Es bohrt mich wirklich auf. Wir sehen uns bestimmt bald wieder bei unserer nächsten Sendung. The Lost Tracks in Acoustic Style. Vielleicht dann wieder mal mit einer Gitarre. Ich weiß es noch nicht, wir werden es sehen. Also dann macht es gut. Schönen Abend noch. Ich weiß es noch nicht, wir werden es sehen. Doppelt Universität. Doppelt. Doppelt. Vielen Dank.